Ich glaube, er wurde gebannt. Äh, Magic Max, Maxico, ich glaube, der wurde gebannt, alter, nice. Leute, ich glaube, da wurde ein Hacker live in meine Aufnahme gebannt. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Wir spielen heute Bad Wars auf dem GOMMAD.netz-server. Und ich habe heute eine kleine Änderung am Start. Und zwar habe ich hier neben mir eine kleine Handcam stehen. Hallo Handcam, was geht ab? Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder ein kleines Handcam-Video in Bad Wars. Einfach mal, um zu gucken, wie ich mich verbessert habe mit Klicken und so weiter und so fort. Und natürlich auch, um euch zu zeigen, wie ich so klicke im Spiel und wie ich so spiele halt einfach. Damit ihr vielleicht ein bisschen was lernt. Oder damit ihr halt einfach seht, wie ich hier spiele. Und, oh mein Gott. Uh, okay, nice. Fix es, tschüssi. Tschüss. Nice. Nice. Uh, uh, uh. Alter, zum Glück haben wir den ersten gleich weggerackt. Weil das ist immer das Schwierigste, Leute. Auf Revi, es ist immer das Schwierigste, dass man den ersten Gegner erstmal wegklatschen muss. Und das Wichtigste ist, Leute, dass ihr genug Blöcke dabei habt beim ersten Rush, damit ihr hier über dem Gegner seid. Oder damit ihr halt, äh, weiter als der Gegner seid oder weiter als der Gegner kommt. Weil viele haben nicht genug Blöcke dabei und kommen dann nicht weit genug. Und, ähm, dann könnt ihr euch über die bauen und dann könnt ihr euch wegracken und so weiter und so fort. Ja, meine Bautechniken, die ich heute hier mache in dem Spiel oder beziehungsweise in dem Video, sind auf jeden Fall, ähm, hier One-Stacken. Das mache ich alles mit, äh, One-Click. Also ihr seht ja schon, ich benutze nur meine rechte Maustaste dafür. Und, als ob er nicht runtergefallen ist, man. Was ist mit diesem Server, man? Ohne Scheiß. Hackt der? Weil der hat weggeschaut und mich gehittet dabei. Keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, Leute, ich mache heute auf jeden Fall, äh, oh Gott, ich kann nicht sprechen. Ich muss so schnell mir hier Sachen kaufen und, oh Gott, ich bin ein bisschen stresst, weil ich habe Angst, dass er kommt. Und, ja, auf jeden Fall, die Bautechniken, die ich mache, ist, äh, einmal Fast-Bridgeen, was ihr schon gesehen habt, das mache ich nämlich auch. One-Click, also ich time das immer, die Klicks, dass ich hier so Fast-Bridge, also ein Sneak und Klick, ein Sneak und Klick, ein Sneak und Klick. Ich finde, das ist so die beste Methode, um das zu lernen, äh, weil du halt einfach so den perfekten Zeitpunkt rausbekommst, wann du den Scheiß klickst. Ich glaube, er wurde gebannt. Äh, Magic Max, Maxico, ich glaube, der wurde gebannt, alter, nice. Leute, ich glaube, da wurde ein Hacker live in meine Aufnahme gebannt. Ich muss mal gucken, ob das ein Hacker war jetzt gleich in der, ähm, wie heißt das, nach der Aufnahme. Aber, es sah schon komisch aus, vor allem, dass er mich so blöd gehittet hat. Okay, warte mal, wo sind jetzt hier die nächsten Gegner? Ich brauche noch, äh, welche Farbe bin ich? Ich bin Team Lila, das heißt Team Grün und Team Orange. Da vorne irgendwo, okay. Wir bauen jetzt mal hier rüber. Ich zeige euch jetzt mal meine zweite Bautechnik, die ich kann, und zwar ist das No-Shift. Also, ich mache hier so Butterfly-Klicks, äh, auf der Maus und bewege mich dann so nach links, rechts, nach hinten und, ähm, spame dann so schnell wie möglich meine zwei Tasten. Aber, das müsstet ihr eigentlich kennen, Leute. Das müsstet ihr eigentlich kennen. Das ist eigentlich nur eine Übungssache, ähm, am besten ist es, wenn ihr, wenn ihr No-Shiftet, dass ihr immer dann so nach links und rechts lauft. Also, dass ihr immer so hin und her lauft, weil ihr habt dann einfach ein bisschen mehr Zeit, die Blöcke unter euch zu setzen. Weil, wenn ihr gerade nach hinten lauft, oder beziehungsweise gerade nach hinten springt, dann ist es natürlich immer so, dass ihr viel schneller unterwegs seid. Und dann müsst ihr auch viel schneller die Blöcke setzen. Und ich laufe immer so, ich laufe immer so, äh, links, rechts, links, rechts. Ihr könnt auch, ich laufe immer so schräg nach hinten ein bisschen, aber ihr könntet theoretisch auch so gerade nach hinten gehen. Äh, und dann links, rechts laufen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil dann seid ihr noch ein bisschen langsamer und dann fallt ihr immer runter, Alter. Das ist immer richtig scheiße. Ich hab's das einfach, wenn ich runterfalle, ey, beim Bauen. Das ist das Schlimmste. Aber am meisten mach ich zur Zeit eigentlich One-Stack und Fast-Bridge und mehr braucht man eigentlich auch nicht, Leute. Mehr braucht man nicht in Bad Wars, um relativ gut spielen zu können. Weil ihr müsst einfach nur ein bisschen gut aimen können und dann, ja, dann machst du es eigentlich. So, ich hab das Bett von Team Orange. Es tut mir sehr leid, aber ich wreck jetzt euch alle weg. So, ich hol mir jetzt auch mal ein Schwert und ein Brustpanzer. Dann holen wir uns noch ein paar Cop-Webs, weil wenn wir schon so viel Zeug am Stissel haben, können wir das natürlich auch machen. Und wenn jeder so spielt, dann können wir natürlich auch so spielen. Aber ist ja wurscht, Leute. Ist ja wurscht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren jetzt, wenn ihr hier gerade bis hierher schaut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch mit einem Knüppel spielt oder ob ihr fast nur noch mit einem Schwert spielt. Das würde mich echt interessieren, weil ich hab's gesehen, viele, viele Leute spielen ausschließlich mit einem Schwert und dann mit Webs und sowas. Und ja, keine Ahnung, ich spiele halt wie immer noch mit einem Knüppel und ich hab die Runde gewonnen. Nice. Ja, fix ist GG. Leute, knappe Runde, schnelle Runde vor allem. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Facecam, äh, ich hoffe, euch hat Handcam gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwann hier in Minecraft oder vielleicht auch bei meinen Real-Life-Videos. Klickt da irgendwo drauf, da sind die verlinkt und ich sag Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020